hallo leute da ist wieder eure rei und zwar die mit den ganzen mörchen viel maus und willkommen heute beim mass effect wieder wir haben hier einen weiteren teil und zwar den teil nummer das video ist ein mitschnitt von unserem twitch stream den ihr auf twitch tv slash toy ray link übrigens ist da unten nebst anderen gerümpel sind ja da da könnt ihr mich live erwischen gleichzeitig ja dabei ansonsten viel spaß beim zuschauen also das ist nicht so klug wie ich mir gedacht habe dass es hier läuft ich darf nicht erwischt werden von denen sorry aber das können wir im moment nur so lösen es gibt Okay, die Madame geht mir auf die Nerven. Jetzt nicht mehr. Also irgendwie ist so die Sache. Ich will jetzt nicht sagen, es stinkt alles, was hier die Leute anfassen. Aber hier sind einige Loose Ends, wie man so schön sagt, um die wir uns kümmern müssen. Weil gerade sowas ist einfach ein Problem. Das müsst ihr euch jetzt wirklich vorstellen. Leben und Lernen, Madame. Äh, das hättest du bereut, Mädel. Äh, das ist nicht richtig. Du hast ihre, äh, du hast deine Schwester behalten. Ja, äh, wir werden uns jetzt nochmal da um ein paar Dinge besu- äh, äh, besorgen müssen. Ich trau dir nicht. Mädel, du möchtest auch mal Familie, oder? Magst du nicht wieder reden? Geh mit ihr. Was ist so ne, so ne Sache? Äh, die ist einfach süß. Das ist, ich mein... Ach, dir warst du in den Augen. Oh, ich krieg ja auch Geld. Das war jetzt cool. So, wir müssen jetzt weiter tun. Stopp. Und etwas, äh, ja, ich nenn's jetzt mal... Da ist was, da geht was. Ich mein, wir haben Miranda gerade einen riesen Bonus gegeben. Nicht mehr, ich hab dich ausgekauft. Ähm, ich will viel ausgeben. Ist das alles hier so expensive? Ich habe planiert, um ein paar Krediten zu verdienen heute Morgen. Wirklich? Ich bin ein Team für eine gefährliche Mission. Ich brauche das beste. Und ich bin bereit, um es zu bezahlen. As long as du arbeiten mit mir. Well, vielleicht könnte ich dir eine preferredere Rate in der Kiosk. Hier, ein kleiner Discount. Und wenn ich in die Speziale bin, kannst du mal schauen. Besonderes war, oder? Welchen Speziale sind wir über die Speziale? Oh, du weißt, schematik, designs, nichts illegales. But I may not have all the licenses to sell them. May not, ist, ist okay. Äh, ich will die modernste Ware. Anything else? Anything not listed on your main merchandise kiosk? Well, there is one thing. Very advanced design. Not publicly available yet. That's because it's still in development on Noveria. And illegal for export. Hello, Hermia. Parasini? You set me up! But this isn't Noveria. You don't have the authority to arrest me. I don't care whether you go to jail. I've got all the evidence I need to find you out of business. Ähm, sind wir fertig? Oder was ist mit dem Plan? Is that everything you needed? Everything and more. You're a lifesaver, Shepard. I need to go. I have to talk to my lawyer. Talk fast, Hermia. When the fines hit, you won't be able to afford him. Ah, that was good. I've got to go file a few papers. Come by my table when you've got a minute. Okay. Äh, was haben wir denn hier noch? Äh, die haben wir ausverkauft. Also... War doof. Und zwar richtig doof. Das war richtig doof von mir. Okay. Äh, okay. Wir müssen... Da unten irgendwo hin. Gibt's hier ein Transport? Er hat's gelernt. Wow. Okay, da komm ich nicht durch. Mit der Administration. Sie als Shadow Broker. So, ähm... Das hier... Ist der Weg, wo ich hier hoffentlich durchkomme. Also ihr wisst ja, ich und Navigation, äh... Wir vertragen uns nicht wirklich. Ah ja, das war die Bar hier und... Äh, hier geht's nicht weiter. Yikes. Okay, wir können vielleicht durch die Bar durch. Hm... Da wäre mehr, ist ein Problem. Somebody who's gonna treat you right. Oh, I think I'm just going to stop dating for a while. No, don't do that. Nice. It's always the same thing. Ooh, she could get sick. She's the follower world. I wonder what she looks like under the helmet. You'll find someone out there who cares about you for who you are. Someone who's food you can eat even. Also, es ist schon eine Sache, wenn man sich das anschaut, es ist durchaus süß. Aber nur, wie komme ich rauf? Ich bin mit der Navigation heute echt zu doof. Wie komme ich da rauf? Jemand eine Idee? Okay, da haben wir die Administration hier. Okay, kommen wir mal hier irgendwo durch. Boah. Äh, keine Sorge, ich kann helfen. Willst du versuchen, sie zu helfen, euch dieses Lockett zu finden? Oh, Steven, danke dir. Danke dir so viel. Mein Vater war jung, als er stirbt. Das ist das einzige Memento, das er hat von ihm. Bitte akzeptiere das. Es ist viel weniger, als hätte ich den Bürokraten bezahlen, um eine Suche zu verabschieden. Okay. Das kommt davon, wenn man Zeug mitnimmt, was man halt so braucht. So. Unser privater, äh, Ding sagt hier, ungelesene Nachrichten. Was zum Teufel? Ähm, ja. Da haben wir einen Typen, der uns nicht gerade wohlgesonnen ist. So, dann wollen wir uns mal auf das Kampfdeck hier runterziehen. Vielleicht gibt uns unsere kleine Mrs. Flirty. Kelly, was? Ich hatte einen wunderschönen Chat mit deinem Freund Tally. Sie ist nicht, was ich erwartet von ihrem Psyche-Report. Ich liebe sie. Ganz ehrlich, ich auch. Tally ist ein guter Freund. Wir haben uns ein bisschen zusammengefahren. Chlorien sind so faszinierend für mich. Aber sie machen mich auch ein bisschen schade. Warum denn das denn? Äh, wieso? Warum machen sie dich schade? Seine Umstände sind so schön. Aber mit ihren Immunsystemen sind sie in den Kopf befestigt. Das ist eigentlich eine berechtigte Frage, die ich mir auch schon immer mal gestellt habe. Aber, äh, wie geht es denn eigentlich der Crew? Nichts gerade jetzt. Alles, Commander? Nö. Schankedön. 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 Äh, wir haben jetzt mal ein, äh... Ist mal so eine Überlegung. Ist heute mal so unser Ding. Äh, Treibstoffdepot ist ja, äh... Generell jetzt mal unser Ding, wo wir Sonden herkriegen. So, gif mal rüber. Die Umlaufbahn von Pragia anfahren. Und hier müssten wir ja... Das ist dieses Camp. Okay. Okay. Hmm. Okay. Yeah. They built their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Nö. 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 Also ich merke schon, die Dame hat da ein bisschen ein Problemchen. Hmm. Ein Riesenproblemchen, um genau zu sein. Wow, Trawi! Wir haben hier ein Air Raid! Yikes! Äh, wow, danke fürs, äh, Leute rüberbringen. Und... Und... Äh, Hallöne! Also... Was habt ihr so gemacht? Während wir hier in der Mars-Effekt schauen, dass wir hier ein paar Leuten auf die Senkel gehen. Und diese Anlage hier, der sieht komisch aus. Also der Clip, das ist ein Shoutout-Plugin. Da wird ein random Clip... Okay. So. Das ist so eine Sache. Clips werden wir mir immer geschaut, wo die herkommen, random. Dann wird das Zeug halt so gemacht. Und da kann man dann... Oh, ich sehe schon. Ja, ich meine, ich finde es auch irre cool. Einfach, wenn man mal sieht, was hier so andere Leute gemacht haben. Und wie ging es euch eigentlich beim Witcher? Wenn ich hier mal hacke... Ähm... Das hier? Das hier? Und dann noch so eins. Und zwar... Ähm... Der verarscht mich. Und ein blaues. Ne, das war es nicht. Das war es. Twitch-Clips würde ich. Ja, also Clips sind immer eine schöne Sache, auch wenn irgendjemand den Tod stürzt. Also ich merke das immer wieder. Wir haben auch hier eine sehr nette Person, die immer die Clips macht. Und zwar unseren Body. Ich habe hier einen Hydrate, please. Okay. Vielen Dank. Ganz wichtig. Immer... Immer was trinken. Jetzt schauen wir mal, was hier Fallout bringt. Oh, Fallout bringt. The Illusive Man request an Operation logs again. He's getting suspicious. Okay. We get results. He won't care what we did. What if he knew? He won't find out. The Illusive Man request an Operation logs again. Okay. Sounds like someone was working beyond their contract. Das ist... Das ist... Das ist hart. Ich meine... Ich muss jetzt erstmal... Äh... Kudos sagen. Ihh. Also die Dame hat sich hier durchaus etwas ausgetobt. Und ich bin hier mal sehr, sehr vorsichtig. Oh, da ist ein... Äh... Eine Lagerkiste. Wir starten hier das Umgehen. Erdung... Äh... Äh... Erdung war da oben. Der Kondensator war hier. Äh... Das waren die... Ich nenne es jetzt mal Copyright-Symbole. Oh, ja. Alle... Alle gleich mal auf die Pfoten. Äh... Ihr seid ja echt nicht freundlich zu mir heute. Das ist wie zum Mobbing. Und... Okay. Ich warte hier nur auf den Ambush. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. High King Cobra. Grüß dich. Wow. Okay. Da werden uns... Gleich mal ein paar Gegner vorgeworfen. Und ich weiß nicht, worum es hier eigentlich in diesem... Äh... Okidoki. Da ist ein Mad Gale. Also irgendwas ist hier doch faul. Und zwar gewaltig faul. Äh... Und damit meine ich nicht nur das Dach hier. Ein Sicherheitslock. Hm. Security Officer Zimkel. Teltan Facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject Zero is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat. Permission to terminate. All subjects besides Zero are expendable. Keep Jack alive. Ah... Understood. I'll begin to... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. Äh... Es steckt wohl mehr dahinter. Bin ich mir recht sicher. What might have happened that you didn't see? The other kids attacked me. The guards attacked me. The automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. Das war's mit Mass Effect für heute. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr ohnehin die Größten. Würde ich mich über Däumchen nach oben freuen. Vielleicht ein Abo. Und wenn ihr Sachen anders gelöst habt oder irgendwelche Tipps habt, wisst ihr was? Lasst mir einen Kommentar da oder schaut einfach auf meinem Stream vorbei. Link in der Description. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.